Das heißt, also das war das Herzogs geliebte Freya. And that's the Herzog! A fragrant branch... Hm. Naja, okay. Okay. What the...? Oh. Hi. Hi. Oh. 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 Yeah. Hi. Ah! Okay Okay You know what it takes Truly You know You know You know You know You know You know Okay You know Okay Okay Primal Bonfire Was rekindled Yeah So Jetzt gibt es natürlich noch ein kleines Problem Okay Steh auf Gute Frau Ich muss bitte reden War es das? Ja Das reicht wahrscheinlich immer noch nicht Was War es 13 oder 12? Ne Okay Ich kann ja eh nicht mehr als 12 Es war 12 ne Das wäre sehr geil Wenn das 12 wäre Ja Ja Ich kann es benutzen Und jetzt Zu McDuff Dann erfreue ich mich Meines Meiner super tollen Waffe Na 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 Cool Cool Super Geil So und jetzt muss ich nochmal ganz kurz in Die Bucht Und Weil Ich habe ja einen Schlüssel bekommen vom Äh Vom Duke Und Den möchte ich natürlich testen Was es mit diesem Schlüssel auf sich hat Was es mit diesem Schlüssel auf sich hat Okay Folgen die mir? Na natürlich Hehe Gar nicht mal so schlecht Hm Hm Scheiss, Spinnen. Blöde Spinne. Aber gut, mir recht. Mir alles recht. Okay. Beck. Ah. Naja, gut, okay. Nicht so elegant alles, aber... Black Knight Ultra Great Sour to Great Fireborn. Toll. Pyromantenkacke. Naja, gut. Okay. Ne, ich finde, trotz alledem, habe ich mich heute gar nicht so blöd angestellt. Es geht definitiv schlimmer. Und... Ich mache einfach mal Schluss für heute. Naja, doch. Es dürfte hinkommen. So. Und nun... Adieu.